In einem Chatroom haben wir uns kennengelernt und über Monate angeschwärmt. Wir mailten uns seit einem Jahr und dann trafen wir uns in einer Lombarderbar, in einer Lombarderbar. Wir hatten uns schon so vieles geschrieben, auch dass wir beide das Tanzen sehr lieben, dass ich nur einen Tanz tanzen kann, merkte sie mir dann sofort an. Ich tanzte Riverdance in der Lombarderbar, mir war egal, wo ich gerade war. Weil ich mein Ziel vor Augen sah, tanzte ich Riverdance in der Lombarderbar. Während sie rassig ihre Hüften schwang, sah sie mich nur etwas verwundert an. Sie tanzte im Rhythmus und ich in meinem, im ganzen Laden entging das keinem. Ey Chico, du tanzt ja wie ein Kranich, sagte ein Lombarder-Tänzer zu mir. Sie sah mich an, meinte, beachte ihn gar nicht. War das nicht ganz bezaubernd von ihr? Ich tanzte Riverdance in der Lombarderbar. Alle sahen mich an, wie ein lila Dromedar. Ich ignorierte jeden Kommentar. Ich tanzte Riverdance in der Lombarderbar. Meine Mama gab mir diesen Tipp, wenn du die Frau fürs Leben suchst, nimm sie in eine Lombarderbar mit und tanze Riverdance, auch wenn du's sonst nie tust, wenn sie dann an deiner Seite bleibt. Obwohl die Stimmung sich gegen dich neigt, dann hast du die Richtige gefunden. Ich tanzte mit ihr noch ein paar Runden. Sie nahm meine Hand, schaute mich an, ich konnte kaum glauben, was dann kam. Sie tanzte Riverdance in der Lombarderbar. Obwohl der ganze Laden am Labern war, sie ignorierte jeden Kommentar. Sie tanzte Riverdance in der Lombarderbar. Sie tanzte Riverdance in der Lombarderbar. Ihr war egal, wo sie gerade war, da wusste ich, dass sie die Richtige war. Wir tanzen Riverdance in der Lombarderbar.